Unglaublich, oder? Da fliegt eine Raumsonde fast ein Jahr zum Mars, macht Bilder, macht Tourenaufnahmen, etc. Fliegt über 228 Millionen Kilometer durchs All, um den Mars zu erforschen. Und Deutschland ist hier auf der Erde nicht mehr in der Lage bei einer Pandemie, die fast 100% der Menschen überleben. Aber wo es bekannt ist, dass viele ältere Menschen daran sterben, unsere älteren Menschen zu schützen. Oder Öffnungskonzepte zu schreiben. Oder Schwerstkriminelle, ausländische Gäste, die ja Angst und Schrecken verbreiten, aus Deutschland durchschmeißen. Dazu sind sie nicht in der Lage. Unglaublich, wie unfähig unser Deutschland geworden ist. Deutschland schafft sich ab. Mehr fällt mir dazu nicht ein.